Die Bochumer hatten jetzt unter dem neuen Trainer nur gut zwei Wochen Zeit. Ihr arbeitet mit Olaf schon deutlich länger zusammen, auch wenn er erst jetzt Cheftrainer ist. Ist das ein kleiner Vorteil vielleicht? Ja, sicherlich. Wir haben ja jetzt schon einige Monate zusammengearbeitet und gesehen, dass es auch gut funktioniert hat. Die Bochumer sind sicherlich jetzt erst seit kurzem so zusammen in der Konstellation. Und wie gerade schon gesagt, wenn man Bochumer am Anfang auf die Füße tritt und da so ein bisschen den Spaß rausnimmt und die Euphorie, dann glaube ich, dass wir da sehr gute Chancen haben.